Da ist der Ball weg. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Der Pass, stark gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Treffer. Schießt er ihn rein. Weiter gefährlich. Klasse Einsatz hinten. Und jetzt die Schuss. Phänomenal. Ohne Worte. Die Mitspieler bieten sich an. Da zieht er ab. Und so wird das nix. Den Helder-Torwart natürlich. Da passt der Klasse auf. Und das Tor. Super platziert. Ganz genau. Stark gemacht. Das könnte das werden. Jetzt schießt er. Er kann ab. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt die Chance. Und jetzt der Lupfer. Das ist noch gefährlich. Das wird gefährlich. Er nimmt die volles Risiko. Und da ist das Tor. Ein paar ernste Worte an den Spieler. Der kommt gut. Der Ball ist drin. Das ist doch schon eine Komode gefreckt. Und er gibt ihn. Er gibt den Peter. Platzverweis für den Torwart. Jetzt. Forma. Schosse lebt noch. Jetzt vielleicht. Gehalten. Ganz stark. Und damit ist der Ball weg. Schussversuch. Embolo jetzt. Und nun ein Schuss. Ein fantastischer Treffer. Gehalten. Wachsertorhüter. Überragende Parade. Und jetzt, Freunde. Jetzt kann er dieses Spiel hier entscheiden. Was für eine Verantwortung. Wenn er trifft, Wolf. Dann da. Er hat ihn fast. Und da geht er noch rein. Und das ist besonders er. Erfolgreich gegrätscht. Und jetzt die Chance. Latte, aber die Chance lebt. Nicht für mehr. Der Ball. Und der Pank. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Morata. Feldmann. Jetzt vielleicht. Ein fantastischer Treffer. Nicht so gut getroffen hat. Ja, ganz schwierige Feuillen. Sie müssen es weiter versuchen. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil. Geräte spielen, nicht den Stock. Das war... Bruh. Schau an diesen Mann. Warte, bis er sieht den... Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Ha! Geil! Sommer! Und hier trifft er nicht. Und abseits ist wohl ein Tick zu früh. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Wuzzy partager. Und jetzt die Chance. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Starke! Natürlich erheblich. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Er sieht rot und jetzt könnten sie auch noch ein Gegen...